Die Schöne ist in der Fall. Da ist nur Scheiße drin. Alles klar. Dann hab ich zwar wahrscheinlich so einen Schädel. Der macht eigentlich nur Awe. Was? Ach, das ist jetzt der Boss, der Nummer 1 ist oder was? War das der eine? Ne, der Vorbau auf dem Boss. Achso, ich dachte schon, was ist denn jetzt los hier? Oh, ach da, okay. Wieso macht denn mein Vieh so abartig Schaden? Was ist denn auf einmal los? Geh, geh, geh. Wer macht denn jetzt die schönen Dots alle drauf? Das war sehr löblich. Bitte mehr davon. Wer hat's gefunden? Ach, mein Licht wird bisher wieder in 3D. Ach, mein Licht wird bisher wieder in 3D. Nicht schlecht. Bin ich nie gesehen. Ich muss einfach schwule Brillen auf dem Tunnel. 169 Minuten bitte. Wie viel? Okay. Hallo, hallo. Hallo. Ja, hi. Hi. Was ist das? Ich hab's nicht gesagt. Also wie Samstag könnten wir, wenn, dann so um 22.45 Uhr nach uns? Äh, hab' ich auch schon gesagt. Das Problem ist halt nur das Wetter, wenn man. Aber wenn es schneit oder was, dann würde ich nicht fahren, ansonsten können wir das gerne machen, ja. Dann können wir ja Freitag mal überlegen, dann können wir ja Freitag eigentlich mal vorbestellen oder so. Äh, ja, würde ich sagen. So, jetzt ist die Kiste hier hinten. Achtung, Loch. Nicht sagen, Loch. Da fällt der Anuris immer gerne rein, ey.